Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The First Tree. Und weiter geht's auf die Suche nach unseren Kinnis. Und ja, ich muss jetzt mal gucken, ob wir langen müssen. Und hoppera, wir 2.000 Lösen in Richtung. Nehmen wir den Glitzer nach. Dann kommen wir da hin, wo das noch was sehe ich gerade. Und auch erst wir da hin. Da muss ich noch was, ich gebe erst dahin. Okay, ein kleiner Bauch hat sich hier jemand versteckt. Okay, ein kleiner Bauch. Okay, ein Auto. Oh, okay. Okay, da wird jetzt einige andere, das braucht aber auch jetzt ein bisschen viel. Moment. Okay, immerhin der zweite. Gut für euch, dass ihr nicht der 100 Folgen da jetzt so auf warten müsst, bis ich das hinbekommen habe. Okay. 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 Ich glaube da hinten war ja noch irgendetwas. Wurde noch eigentlich gar nicht hier hin. Da ist auch noch was, wie ich gerade in die Richtung. Okay. 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 Jetzt hier ist auch noch was, dann gehen wir erstmal da ganz nach hinten. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich wusste nicht, dass dein Vater in der Militär war. Ja, in der Armee. Die Sache ist, dass ich jetzt noch nicht vergessen habe. Es ist so viel, dass ich noch nicht weiß. Entschuldigung, er weiß, wie du ihn möchtest. Du wirst ihn wiedersehen und sehen uns bald. Ich bin sicher. Okay. Ich möchte da nicht so viel sagen. Ich lasse bei jedem die reine Interpretation offen. Ich bin sicher. 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 Okay. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows at the barbershop in Anchorage. My dad was furious. But he was so busy working, he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me. I think he was so busy. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020